Oh, ist es das Krokodil? Ist es das Krokodil? Stream starten. So, wir sind live. Sehr schön. Wir sind live. Nur auf Twitch heute. Sodala. Gehen wir mal hier rein. Wir gehen mal in den Chat. Sehr schön. Habe ich einen Ton drauf irgendwo? Hören wir gar nichts? Ah, sehr schön. Oh, ein bisschen laut. Wer ist ein Krokodil? Wo ist ein Fuchs? Da ist ein Fuchs. So. Hey, wer da sitzt. Wie? Ist das lange nicht gesehen? Ja. Hi, Krokodil. So, da la la. Jetzt schauen wir mal kurz den Titel an. Was steht denn hier unter Titel? Wo ist ein... Gar nichts steht da. Gar nichts. Nichts vorbereitet. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Twitch. Passt, wir sind nur auf Twitch live heute. Ich muss ein bisschen aufnehmen. Das wird heute ein Aufnahmestream. Wieso habe ich denn da eine Rückkopplung drin? Ach, hier. 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 So, was steht denn hier? Drops are on. Wir machen nur Roblox heute. Aufnahmestream Roblox Tower. Die Fans. Okay. Als Kopieren. Sehr schön. Was stehen hier? Roblox. Passt. So. Krokodil hat sich umgezogen. Krokodil hat sich umgezogen. Fox willst du in den Discord? Hi. Hi Krokodil. Bist du der Krokodil, der auch früher auf Discord, auf Twitch immer live gewesen ist? Weiß nicht, ob das der ist. Oh, bist du noch immer live? Bist du noch ab und zu live? Ich kriege nämlich, ich bekomme nämlich, kaum noch Infos über Twitch, dass du live bist. So. Discord. Fox. Discord. Bist du reinkommen? Ich muss ein bisschen auf meine Stimme achten. Willst du in den Discord kommen, Fox? Ich werde morgen nicht live sein. Morgen werde ich schneiden. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich muss ein bisschen mit der Stimme aufpassen. Nicht mehr so oft, das ist der Krokodil, das ist einer, der ziemlich lange live gegangen ist. Was schreibt er hin? Er ist nicht mehr so oft live. Das ist schade. Aber nicht mehr so oft. Ich schreibe mal, warum? Warum ist er denn nicht mehr so oft live? Warum bist du denn nicht mehr so oft live auf Twitch? Ich meine, du musst ja nur einen Knopf drücken, dann bist du live. Gut, man muss ja Text hin und her, aber das muss man ja alles nicht schreiben. Man muss ja nicht schreiben, was man spielt. Einfach, einfach live gehen. 47 Grad ist die GPU. Okay. Ach, das ist mal doof. So. Krokodil. So, jetzt schau ich mal. Ist alles an. Nicht, dass wir jetzt zwei Stunden spielen. Stream ist an, aber nur auf Twitch und Aufnahme ist an. Okay, cool. So. Fox, wollen wir spielen? Ja, Fox. Spiel mal ein wenig. Dann sind wir ja zu dritt. Dann sind wir zu dritt. Das ist okay. Habe keine Zeit. Welcher der Schule? Sehr viel Schule. Ja, Schule ist immer ein bisschen doof. So, Fox, hau rein. Früher war das ja noch viel, viel schlimmer. Da kam ja dann noch diese Bundeswehr dazwischen. Und das hat ganze Karrieren kaputt gemacht. Klassenarbeiten, ja. Und, ähm, das war früher ganz schlimm. Da mussten die zwei Jahre in, in die Ding reingehen. Ähm, zur Bundeswehr und dann war es halt aus, ne. So. So. Piknik-Fuchs. Äh, hä, hä, piknik. So, la, la. Die, 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 die. Ich habe jetzt die Musik ausgemacht, weil ich da auf jeden Fall ein Claim draufkriege. Und dann. Hallo, guten Tag. Grüß Gott. so hüpfen da ist Fox wo ist unser wo ist er hin ich sehe ihn nicht wo ist Krokodil, da ist Krokodil jetzt sind wieder ein bisschen mehr Leute drin ja sogar ziemlich viel hallo, ich höre niemanden Fox bist du da ah jetzt, hallo, guten Tag oh mal gucken hier hallo guten Tag warte mal, wo sind wir denn da sind oh das ist so wohl ein komisches Thumbnail, ist das so ein toter Hase nee, das ist aus 5 Nesse fällig ja, Springtrap der Fuchs ist ja okay, aber das ist ja sehr beängstigend sehr beängstigend, das ist bestimmt ein untoter so, gehen wir mal also, das der ist dreimal der ist dreimal dem Tod entkommen ah, das sieht man wo ist denn jetzt Fuchs über den ist das vielleicht schon draußen das Fuchs da drüben kommt ach, da ist er da ist er, gehen wir mal ich habe mich hingesetzt ja, ohne Musik ist ein bisschen doof aber da kriegt man hier immer so viel Claims so gehen wir mal da rein Fuchs sucht aus Fuchs ist da drin ja, zwei ist gut drei ist fast zu schwer so, spielen wir halt ein bisschen ist ganz witzig Pineberry kann nur einen Geist gleichzeitig aktiv haben das ist mir diesen ach, das ist mir ein bisschen zu viel also ich werde das jetzt hier aufnehmen und dann werde ich das morgen schneiden und dann werde ich das morgen auf dem Hauptkanal hochladen und dann gibt es diese Videos hier schön verteilt auf Johnny & Friends Gaming und ich habe heute noch eine Demo aufgenommen aber die war nicht so toll die Demo die kommt dann auf den Zweitkanal oi ja, es geht wieder los schon in den Selfie stellen so muss ich mal gucken hier ja, ich schau, was hast du da, was sie verhindert, ne das ist ja meine Steinfrucht, die haben wir wieder einen anderen Skin hast du wieder einen anderen Skin, das geht ja, je, je lass mal gucken, bleib mal stehen, mal schauen ne, hier, meine Steinfrüchte hier ach so, die Steinfrucht hat sie schon wieder die sehe ich so schlecht was hat sie denn, hat sie ein, 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 eine Blume im Haar ja, kann schön jetzt schauen wir mal ich muss mal gucken hier ich hab mal den Speck äh, Speck heißt die ja, Bacon, ja so ja, Krokodil hat früher immer viel bis naja, viel war halt, also, fast öfters live wie ich ich war jetzt nicht immer live ne, ja, würde ich sagen, ne weil ich krieg immer da, ich krieg immer die Meldung krieg dann hier auch aber wenn, dann bist du nur kurz, so, guckst du rein, kurz ne bitte? wenn, dann guckst du nur so kurz rein dann gehst du wieder das lang noch ja, im Stream war ich ja immer drin ich hab das halt immer laufen lassen ja, je nachdem, was ich halt manchmal geht's halt nicht, wenn man grad irgendwas machen muss aber ich würd schon schauen, dass man wenigstens so keine Ahnung einmal im Monat würd ich auf jeden Fall live gehen damit man's nicht ganz einbrechen lässt ich kenn das aber auch ich muss mal ein bisschen leiser machen hier ich glaub, ich glaub ich glaub, ich glaub ein ähnliches geben von dem hier ähm, das war nur mit Zombies und so ja, stimmt weil, dass sie den, wie, weiß nicht für Kids aus und das mit den Zombies sah halt sehr cool aus so 1200 ich kann Speck mal ein bisschen vergrößern ja, das hat halt meistens sucht die Spiele immer Fuchs aus der hat viele Spiele schon rausgesucht Disney Dreamlight Valley hat er rausgesucht dann hatten wir damals dieses Spiel mit diesen Roblox Spielwarenladen den haben wir gespielt dann dieses Wobbly, glaub ich na, Wobbly kam von was hat wer das gespielt hat das war Oni, glaub ich hat das damals so geschlagen so, da kommt der Feind Blaubeerwurm äh, blaubeerwurm so ja und jetzt hast du ja mal wieder Zeit jetzt sind ja bald Ferien, ne da kannst du ja mal wieder ein bisschen streamen ich würde aber grundsätzlich immer auf YouTube und auf Twitch gleichzeitig streamen ja, aber auf Twitch sagen wir mal so auf Twitch sind halt nicht so viele Leute online die gucken eher Videos als Streams bei Twitch ist es eher dafür geeignet als Stream aber du kannst ja, weiß ich ja, das ist ja leider so die haben das nicht geschafft den Streaming-Bereich ein bisschen ein bisschen aufzubauen das haben die einfach irgendwie nicht geschafft aber du siehst ja Twitch was passiert denn wenn nächste Woche Twitch abgeschalten ist dann ist alles was wir auf Twitch unser Arbeiter haben weg also musst du dir einen zweiten Kanal aufbauen einfach damit du was hast also ja ich meine jetzt Twitch ist geeignet für Streamen und so keine Videos zu machen weil da gibt es schon Twitch-Videos ähm und YouTube ist für Videos geeignet und nicht so für Streamen aber du kannst ja du kannst ja über äh Restream kannst du ja gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube spielen das kannst ja gleichzeitig dann machen dann geht dir ja nichts verloren Welle überspringt bitte ja ja ich wollte es nur sagen Welle überspringen und so ach lass lass so Fox was macht Fox hier schön Uri Fox hat hier schön aufgebaut hier Krokodil hat so eine Cupcakes hin Wohl Sternenfrucht hier von Fox Könnte ich da noch ein Game vorschlagen was wir dann gleich spielen können also heute nicht weil ich will das heute alles aufnehmen ich brauche ich brauche ein paar Videos ich brauche Videos aber du kannst es reinschreiben dann schau ich meinte ähm ich meinte Roblox Game anderes Roblox Game ja aber nicht heute nicht heute na schade ich werde das ich muss mal gucken vielleicht beim nächsten Stream ich weiß nicht ob ich am Dienstag streame oder am Mittwoch also entweder am Dienstag oder am Mittwoch weil ich muss morgen unbedingt Videos schneiden dann will ich das weg haben und am Dienstag muss ich arbeiten und dann weiß ich nicht Mittwoch schauen wir mal ich bin so ein Stinniger so in Polen und er hat es in Serien ok es sieht laut es wird laut so schauen wir mal jetzt muss ich mal überlegen was mache ich denn hier ich habe hier den hier 40 Schaden 80 Schaden und dann werde ich mal hier den Bacon weiter upgraden dass der ja dass er einen größeren Radius kriegt hier gibt es so Unterstützer Türme man kann sich so kleine Unterstützer Türme zusammenbauen und dann ach so muss ich diesen anderen auch setzen diesen hell dunkel Fuchs dieses flan ja ja flan ja ich setze mal flan hier aber wir haben gestern gesehen wir dürfen nicht nur die auf auf hell dunkel setzen auf die zwei Türme sondern wir müssen auch Schadensbringer da reinstellen weil sonst ja wird es ein bisschen schwierig ja Krokodil ist jetzt Krokodil live warte mal ich schau mal schnell nee warte nee nee dann nimm es wenigstens auf dann kannst du es auf YouTube hochladen ich habe keine Ahnung weil ich streame halt auf OBS und ich streame nur aber ich weiß man kann Videos man kann Videos machen aber ich habe keine Ahnung wie man die hochlädt wie man die dann auf OBS so hochnehmen brauchst du bloß auf Aufnahme drücken und dann nimmt er das gleichzeitig auf so wie ich das jetzt mache ich streame jetzt aber nur auf Twitch nimmt das jetzt gleichzeitig auf das macht übrigens auch ähm äh das machen auch die Großen wie heißt der denn warte mal weiß ich weiß ich ich hatte ich habe mir OBS mal runtergeladen aber ich habe es gelöscht weil ich keine Lust drauf hatte hä und wie nimmst du jetzt auf wie nimmst du auf ich nehme ich nehme derzeit nicht auf weil es lags mein Computer ist glaube ich nicht so zu streamen da also ich spiele auf dem Laptop ich weiß nicht ich gucke mal vielleicht lade ich wieder streamlabs runter also streamlabs war mal gut aber ich würde auch OBS nehmen OBS ganz gut aber das war schon wieder zwei drei Jahre her und dann wir brauchen eigentlich glaube ich gar keine Charakter mehr weil wir müssen die ja glaube ich nur upgraden oder weil die kommen ja gar nicht durch die Feinde jetzt hier im Spiel ja ja kommen gar nicht durch ah whatsapp also gestern der der Boss der ist da ist schon ein bisschen durch was bist hier ja hier oder bist du hier hier oder hier hier war es irgendwo hier war es war da ja weil wir zu sehr oft wir haben halt ein bisschen rum experimentiert mit diesen Unterstützer Truppen Licht und Dunkel mit Flan und wie heißt die andere Uwe Uwe ja und das haben wir jetzt festgestellt die sind zwar gut aber ein bisschen Schadensbringer müssen wir schon setzen aber ich kann ja mal den Reichweite nach oben setzen so ja Krokodil ist ja einer von den letzten die noch gestreamt hat da war ja früher noch ähm ich war eigentlich immer der erste der in deinen Streams dabei war ja Micha streamt noch ab und zu aber ganz ganz selten Bro wie hieß der an der Bro nicht ProGamer wie hieß denn der ProMaster ProMaster hat total aufgehört das war schade es waren immer schöne Streams was die gemacht haben es ist eigentlich von den alten an keiner mehr da ist jetzt keinen mehr außer natürlich Fuchs und Todd aber die machen mehr Videos ich würde ehrlich gesagt anfangen ich habe auch auch die nötigen Sachen dazu hier auf meinem Laptop äh ich habe auch alles eingestellt bei OBS aber das Problem ist man kann sich nicht anmelden und die Sachen zum Beispiel man meldet sich auf einen anderen Computer an und die Sachen verschwinden und du musst das dann nochmal machen ja doch kann man du kannst die das Profil von OBS abspeichern und dann ähm kannst du das überall sichern und kannst es auf jeden anderen Rechner dann wieder drauf tun da gebe ich dir mal ich mache mal vielleicht morgen ein kurzes Video drüber ein ganz kurzes Video du hast mal ich weiß glaube ich wie wo wir letztes Mal gespielt haben zusammen das war glaube ich dieser Iron Man Simulator da hast du gesagt dass du so ein Video rausbringst wie man irgendwas macht bei OBS oder so ja es gibt diesen Nilsson da kann ich dir einen Link schicken da musst du halt mal die ersten drei Videos angucken von denen der hat 24 Videos gemacht über OBS da musst du halt kannst du halt jeden Tag ein Video anschauen und dann im dritten Video erzählt er dann wie man dieses Profil speichert so dass du das nicht jedes Mal alles neu eingeben musst das ist ja Wahnsinn wer denn Nummer Nilsson ich schicke dir gleich einen Link warte mal ok ich schicke dir mal Nilsson 1489 ich kann dir sogar gleich OBS kann ich dir auch gleich schicken musst du halt einfach mal angucken der hat sogar eine ja genau das hier jetzt ist es schon fast drei Jahre warte mal der hatte doch hier Komplettkurs jetzt weiß ich natürlich nicht ob dann da hier ist er OBS Studio ich schicke dir mal einen Link da hast du dann alle 24 Videos und kannst du dir halt dann angucken warte mal wo muss man rein da müssen wir rein so ich hab's mal hier rein gepostet da kannst du dir das anschauen so jetzt lass mich mal schnell ins Spiel schauen Fuchs bist du noch da? was ist jetzt los? ist es schon der Boss? ja ja jetzt wir sind bei der letzten Wette schon ok ich wollte hier eigentlich ja ich darf nicht so verreden warum hast du Speck verkauft? es war ein Fehler warte mal ich setze ihn nochmal neu das Verkaufen geht mir hier ein bisschen zu einfach so schauen wir mal das wollte ich ne ich wollte Specknet verkaufen ja das geht easy das geht ja schnell ja jetzt geht's schnell gestern ging's ein bisschen ja wir waren auch gestern nur zu zweit das gibt jetzt wieder 45 Zuckerwürfel passt locker wir sind ja zu dritt deswegen schaffen wir es jetzt besser ja gut gemacht Fuchs gut gemacht Krokodil gut gemacht auch der Arme Schawarma Schawarma oh jetzt verliert er gleich seinen Hut oh dramatische Momente und Stufe jetzt weiß ich ja warum das das hört sich wie der Schrei an wie von Five Nights at Freddy's wenn man die Nacht äh Zölnbe gemacht hat er geführt ja Ausgang das hat's nochmal einen Haufen ich wollte noch einfach nachmachen so dann haben wir schon mal ein schönes Spiel sehr schön das können wir dann schneiden das schneide ich alles morgen blah blah man Untertitelung des ZDF, 2020